In diesem Video zeigen wir, wie Automatiken angelegt und anschließend den Produkten zugeordnet werden. Über die Schaltfläche Neue Automatik eine Automatikfunktion anlegen. Die Bezeichnung der Automatik im Textfeld anpassen. Im Dropdown-Menü die gewünschte Automatik auswählen. Bei Bedarf die Parameter im Textfeld anpassen. Änderungen durch Klick auf die Schaltfläche übernehmen. Der Automatik den passenden Messwertgeber über das Dropdown-Menü zuordnen. Bei der Sonnenautomatik die zur Fassadenausrichtung passende Fotodiode auswählen. Hinweise zur Ausrichtung sind der Bedienungs- und Installationsanleitung des Sensors zu entnehmen. Eine Mehrfachselektion ist möglich. Über den Schieberegler die Automatik aus- bzw. einschalten. Nun die Automatiken den Produkten zuordnen. Die Produktansicht in der Toolbar öffnen. Die Automatik einem einzelnen Produkt über das Dropdown-Menü zuordnen. Alternativ mehrere Produkte selektieren und die Automatik per Drag & Drop zuordnen. Die Automatik wird den ausgewählten Produkten automatisch zugeordnet. Über das Pop-up-Fenster bei Bedarf weitere Automatiken hinzufügen. Über die Schaltfläche bestätigen. Die Automatik der Kulturveronnene